Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Way Out. Es geht direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind jetzt erst mal im Krankenhaus, denn die Frau von Vincent, die Carol... Die Frau von Vincent? Ja, Carol. Carol, genau. Carol liegt im Krankenhaus und unsere Mission ist jetzt erst mal, die Carol zu finden und gucken, ob sie gut geht oder nicht. Guten Abend, Frau. Guten Abend, Herr. Wie kann ich dir helfen? Meine Frau hat gerade entbunden. Meine Frau hat gerade ein Baby. Oh, Glückwunsch, Herr. Danke. Also, welcher Weg zum Maternismar? Just, ähm, take the elevator to the top floor and then follow the signs. Okay. Oberste Etage, Schilderfolgen. Ja. Danke. Ich will mir das, wenn ich mal antworten. Was ist das? Es ist ein Zeitraum. Oh, nein. Ich erinnere mich nicht. Wissen Sie, warum du hier bist? Nicht wirklich. Oh, das bedeutet, wir haben gesucht. Wir sollen uns also nicht unbedingt mit jedem unterhalten, oder? Ja, das klingt gut, aber der hier hat eh, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, Alzheimer oder so. Ich könnte es eigentlich abbrechen und wir können eigentlich direkt weitermachen. Ja, das klingt auch... Wir können... Ah, komm her! Wir spielen jetzt eben viel gewinnt. Nicht so viel Zeit verschwinden. Ja, komm, wir spielen jetzt. Wissen Sie mal, Bob. Ist das Bingo oder was ist das? Das ist viel gewinnt. Komm on, just one game. Ja, one game. Komm, komm on, I'm to your right. Da. Da, I'm in there. Komm on. Ich habe das Spiel im Trailer gesehen und wollte es unbedingt spielen. Du bist noch ein Kind, Alter. Vielleicht. Kann sein. Komm her. Okay. To be honest. This wasn't really... Clever of you. Ich habe einen Streit mit Rihanna und Dr. Dre Tobianus Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt in der Strategie folge oder nicht Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee, aber mal gucken Ich habe es ewig lange nicht gespielt Es gibt auf jeden Fall ein paar Techniken, mit denen man eigentlich so gut wie immer gewinnt Aber ich weiß gerade gar nicht, wie das war Das wird knifflig Ich weiß echt nicht, also keine Ahnung Ich habe gewinnt Ich habe gewinnt Ich habe gewinnt Wäre die Kugel hier hingefallen Das bedeutet, du hättest mir hier meinen schrägen Rotfee zugemacht Dafür hätte ich aber oben gewonnen, weil ich dann eine drüber gemacht hätte Machen wir also einen kurzen Prozess Nein, du kriegst keine Pause Hey, was war das denn? Willst du noch ein Spiel machen? Nee, es reicht, wir müssen weiter Okay, das würde ich sagen Ich würde schon sagen, okay Okay, die schrägen habe ich gar nicht beachtet Guck mal, ich habe den bis zum Schluss gar nicht gesehen Was ist denn hier los? Wir sollen nicht auffallen, heißt es Aber die haben alle Schmerzen Das ist doch uns egal, Mann Oh eine Frau, komm her, sonst fahre ich alleine Leo, komm her Hören sie auf zu simulieren Leo Warum würde ich faking? Easy Insurance money, natürlich Fuck you Warum machst du nur Aufstand, komm her Wir werden nur wegen dir auffallen Leo, komm her Junge, mach nicht einen auf professionell, wenn du gerade der warst, der viel Gewinn spielen wollte Komm her Es war nur ein Spiel Es war nur ein Spiel Okay, mach So Ah Nice Mit dem Police Officer hier Und der weiß, wie wir hier aussehen Meinen Sie, wie erledigen ihn jetzt? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Das gibt bestimmt nur Stress Das wird Konsequenzen haben Aber deine Gesichter sind so familiar Ich bin sicher, dass ich dich irgendwo gesehen habe Schnick, schnack, schnack Kurz und knapp Schnick, schnack, schnack Das war leicht Das war leicht Okay, äh, gut Das ist mein Platz Also fühl dich besser War doch richtig schlau, oder nicht? Ich hätte ihn keinen K.O. geschlagen, er ging mir auf Vincent Ich liebe dich, mein Mann Ich liebe dich Ich liebe dich Der Typ ist so intelligent Genau so wie ich Man, man, man Und Leo ist hässlich Und dumm Ich war auch nervös Aber keine Ahnung Du bist gut Danke Jetzt bin ich gespannt, wie das geht Ja, ich bin wirklich gut Ja, bist du sicher, dass ich Okay, ich weiß wie es ist Okay, vielleicht nicht Ich habe komplett auf die andere Richtung gedrückt Okay, warte, gib mir einen Moment Wow A economic Ich bin halt eigentlich Deine Frau hat gerade ein Kind bekommen, und wie machen wir Brooklyn Vielleicht nicht Warte, ich habe 9 Sekunden Mal kucken wir echt, ich bin optimiert Ich hatte auch zwei Versuche. Madude! Zehn! Okay, gut, super. Okay, mach jetzt, komm weiter. Wir müssen uns den Schildern folgen. Was steht da hinter dir auf den Schildern? Dann ist da wahrscheinlich Maternity Ward, oder? Hier fragt die immer. Entschuldigung, das ist der Maternity Ward, oder? Ja, es ist hier. Bist du der Vater? Nein, ich bin nicht, aber mein Freund ist hier. Ich bekomme ihn. Vincent! Vincent ist hier, get out. Get out, my car. Entschuldigung, ma'am. Meine Wrau hat ein Baby. Was ist der Name, bitte? Äh, Carol. Already? Okay, folgst mich, Sir. Leider nicht! Hey, Carol. Hey, Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. Oh, er weiß ja, dass es eine Tochter ist. Pink. Meinst du? Keine Ahnung. This is, uh, Leo. Ich weiß. Nice to meet you, ma'am. Yeah. Uh, baby girl, huh? Uh, I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And, uh, congrats, by the way. Congratulations. Regulation. Stop it. Okay, was machst du jetzt? Ich kann meinen Charakter gar nicht stellen. Nee, nee, brauchst du auch nicht. Ich kann meinen Charakter gar nicht stellen. Okay, weißt du, was gleich kommt? Ah, ich kann doch das Baby halten. Oh, mein Gott, das sieht so süß. Mashallah, Bruder. Mashallah. Hey, ich will Karten werfen. Hey, überträumt mich. Sie ist so schön. Sie ist. Du weißt, ich vermisse dich. Vincent. Please. I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. Du sagst immer das, aber du wirst dich selbst getötet werden. Ich kann nicht leben damit. Ich weiß nicht, was passiert. Ich versuche. Du musst mir vertrauen, Carol. Aber wir versuchen einfach nur die Emotionen in diesem Spiel noch beizubehalten. Bullerei kommt jetzt! Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Der hat uns erkannt, dieser eine, bei dem wir gehustet haben. Ja. Hätten wir den mal K.O. geschlagen. Das hätte doch noch mehr Stress gegeben. Weil der hätte unsere Gesichter schon gesehen. Der Kapitel hier! Kein Schuss, wir sind im Krankenhaus. Okay, los geht's! Komm, mach die beide fertig, mach die beide fertig. Ich springe bestimmt durch das Fenster. Das sieht schon so aus, das ist eine Feuer, wie heißt das nochmal? Feuertreppen. Ja, dann nimmt man diese Notausgang, Dinger. Ja, dann nimmt man diese Notausgang, Dinger. Just go. Go! Wo bist du? Are you upstairs? Shit! Aber an der Stelle würde ich runter rennen. Ich eigentlich hier auch. Oh, kein Splitscreen. Oh, ich bin alleine, ne? Ja, ja. Hey, wo muss ich hin? Ach da, okay. Jetzt kommst du bestimmt. Ja, jetzt bist du dran. Geil, das ist wieder so abwechslungsreiches Gameplay, ne? Das mag ich. Ja, ist cool. Aber die Emotionen werden halt... Ach, die Gefühle werden trotzdem beibehalten. Ich finde das richtig cool. Rein da mit dir. Muss bestimmt noch rechts, oder? Boah, ein Punch, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, Dude. Hat er den runtergeschmissen? Ah, das glaub ich auch. Ich versteck mich. Oh, shit. Ah, haut er noch nicht. Ah, 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 ah. Okay, wo gehst du lang? Rechts, rechts. Okay, super. Get out, get out, get out, get out, get out. Drüber. Zack. Sehr gut. Why? Alter. Ey, das geht... Wir kommen immer näher zueinander. Ich glaub, ich bin jetzt auf deiner rechten Seite, oder? Mhm, ja. Du musst da durchbischen. Komm schon! Shit! Hey! Ist jemand hier drin? Better sich zeigen. Murray! Hast du was? Nein! Es ist alles klar! Boah! Das war knapp. Dann schleicht dich mal da raus, oder? Hier ist keiner mehr. Es ist schon zu dunkel. Wir sind auf dem Flur, oder? Oh, shit! Rüber, rüber, links, 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 da durch die Tür, durch die Tür, genau so. Ja, ja, ja. Alter, ist der Schacke. Komm schon an, mach! Aber du musst noch hier ziehen. Nein, oder? Alter! Okay, krass. Hier bist du jetzt, glaub ich, ja. Und da bin ich. Alter, wie wir so ein ganzes Krankenhaus lahmlegen, ne? Das ist eben, ey. Das ist ja überall verteilt so. Und zu! Schließ ab! Ach du Scheiße! Gut, das überhaupt noch ein Dings ist. Lüftungsschacht. Ja, ne? Das hat sich die Probleme gehabt. Ja, so ein Abschill kann man halt jetzt erledigen. Eben. Okay, rechts rum. Äh, wahrscheinlich erst mal das Licht folgen, würde ich sagen, oder? Ne. Ach, guck mal, bin ich hier auch? Wo bist du denn? Bei den Aufzügen eigentlich, ne? Du bist schon runter. Krass, wie viel Glück die eigentlich haben. Ach, guck mal, so ein 2D-Game. Echt? Kannst du dich steuern? Ja, ja, ja. Alter! Ach, guck mal, jetzt hab ich hier Tekken. Alright! Street Fighter! Street Fighter! Leo, neuer Charakter. Geil. Mach das nur nochmal. Alter! Boah! Schön auf die Fresse gekommen, ne? Kann ich nicht springen oder so? Das fehlt doch noch. Boah! Kann ich irgendwie rennen? Das mein ich mit abwechslungsreiches Gameplay. Das ist so cool, was die machen. Das ist richtig cool. Allein mit der Kameraperspektive. Diese Kameraperspektive an der Baustelle. Genau, das war so GTA 1 oder 2 mäßig. Das war so cool. Das war so cool. Ja. Boah! Das ist so witzig, Alter. Wirklich. Ey, Leo ist so brutal. Prince of Pleasure. Oh, shit. Du wirst von einer Dame gehalten. Alter, krass. Ah! Krass. Alter! Okay. Geil. Bist du frauenfeindlich oder was? Ich hab das Geld dazu. Ich krieg's für Frauen. Das ist das gesunde Maß an Sexismus, was jedermann haben muss. Alter, allein für diese Folge. Ach, für diesen Spruch gehört diese Folge gesperrt. Tut mir leid, ich hab den Kanal kaputt gemacht. Ich hoffe, mein Kanal bleibt noch bestehen, Alter. Komm ich hier, okay. Ich guck mich auf das Fenster. So. Oh! Ja und jetzt? Oh, shit. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er so dumm ist. Hehehehe. Ich bin mit dem Spinn. Hör! Du wurdest erwischt, Junge! Ah! 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 What the fuck are you doing, man? Ah! Geh da nicht raus. Bleib da versteckt. Ja, genau. Oder musst du rüber? Nein, ich muss rüber, aber erst wenn die weg sind. Und er sieht den Luftdüngenschlag nicht? Er sieht dieses offene Fenster nicht? Da war doch ein kleine Schlag. Da, jetzt gehen die zur Belüftung. Jetzt geh hier rüber. Warte. Jetzt. Sehr gut. Und jetzt? Schön, dass da ne Leiter ist. Krass. Sonst hätten wir ein großes Problem gehabt. Okay, Vincent. Runter da, Vincent. Jetzt da rüber. Und jetzt da rein. Ah! Okay, kommst du ein? Ja. Jetzt, jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Sonst haben wir noch bestimmt... Eine Etage drunter bin ich. Und da bist du. Und sehr wahrscheinlich. Oder ich komm da rein. Oh! Hey! Stopp! Du bist unter... Den muss ich als Geisel nehmen oder so. Oder so. Du kommst mit mir. Krass. Soll ich ballern oder nicht? Schicht gegen das Licht. Oder? Na, erstmal nicht. Also ich könnte... Er wird eventuell vielleicht nochmal gegen die Lampen ballern oder so. Dass es dunkler wird. Oh man, ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich auch nicht. Ich glaub nach rechts. Nach rechts oder so. Nach rechts oder so, glaub ich. Nein, nach rechts oder so. Nehm den Betten. Neh. Es geht nicht weiter nach hinten. Neh. Es geht nicht weiter nach hinten. Oder? Doch. Na doch. Ah, ist doch okay. Okay. Ich nehme an, es geht nur. Geradeaus nach hinten. Da, jetzt kannst du da rein. Sehr gut. Fuck! Piece of shit door! Open! Ich kann den Angst machen, indem ich schieße. Mehr nicht. Ja. Geht doch. Ja, jetzt bin ich irgendwo oder was? Ah, geil. Richtig geile Übergang. Na, sah die Kamera trotzdem scheiß drauf. Ich komme bestimmt so nicht so einfach rüber, oder? Ich muss mich jetzt mit dir unterhalten. Oh crap. Verdammt. Die haben dich nicht erkannt hier, die Leute. Tink, 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 Tink. Tink, Tink, Tink. Ah, Leute. Ich versuche es zu verbreiten. Setz dich hin, setz dich hin. Rede mit denen oder irgendwas. Geht das überhaupt? Ja gut, das ist schon mal gut. Ich weiß, ich weiß. Mein Kollege hat mich gerade besprochen. Ich denke, es sind die beiden in der Bibel. Ja. Hast du sie gesehen? Nein. Sind sie gefährlich? Das ist ein bisschen sehr gefährlich. Das ist ein bisschen sehr gefährlich. Weißt du, ich finde das voll krass so. Die denken so, wir sind so voll gefährlich, aber ich finde das voll traurig. Na gut, du bist ein Mörder. Nein, nein, bist du ja gar nicht. Ja. Das wurde denen nur vorgerufen. Aber die denken, wir sind ein bisschen Mörder. Ach ja, okay. Und er lautig guckt sich um. Natürlich, Officer. Danke. Müsste doch klappen, oder? Perfekt. Gut, das ist doch gut. Perfekt. Hoffen wir, dass jetzt links in der Ecke keiner ist. Ich hoffe, dass wir uns immer wieder... Der spurtet immer noch rum. Spurtet er. Ach kacke, Alter. Ich springe durch das Fenster. Wir sehen uns. Charanimo! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Der wusste doch gar nicht, wo der hinspringt. Ich finde das auch... Das ist so risky. Okay, da sind wir wieder zu zweit jetzt. Ich habe immer noch die Geisel. Das ist das Geile dran. Du musst aufschießen. Du musst es aufschießen. Oh, immer diese Türen, ey. Kann ich die Tür nicht aufballern? Junge, dieser Typ wird jetzt verhaftet. Nein, das kann nicht so einfach sein. Du musst kommen, Junge. Ja, ich seh's doch. Verdammt. Ich muss ihm helfen. Okay, ich... Okay, ich helfe dir. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich... Ja, was denn mit dem Wagen? In... Reinfahren oder irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Warum genau der Wagen? Ich weiß es auch nicht. Ist das deren Wagen? Ich weiß es auch nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ich glaube, du wirst da schnell was machen und dann springst du ein oder so. Ja, oder... Oder du rammst den... Ich habe keine Ahnung. Wir sehen jetzt. Nein, nein, nein. Du wirst, glaube ich, sehen, dass ich komme. Und dann, und dann bewegst du dich da weg oder so. Keine Ahnung. Hä? What? Ja, und now? I have no idea. Die schießen doch, Alter. Wir sind ja nicht mehr im Krankenhaus. Das wolltest du doch sagen eben. Die könnten ja schießen. Du kannst jetzt was machen. Ja, ich habe nur gesagt... Alter! Fahrschnellwaffe. Boah, Alter. Also, äh... Das ist richtig cool gemacht. Bei so viel Pistolen glaube ich schon, dass sie uns getroffen hätten. Wenn es echt wäre, ne? Ah, das ist das Spiel, klar. Was für ein scheiß Driften war das denn, Anne? War mal eine richtig, richtig geile, intensive Szene. Ja, krass. Finde ich richtig allererste Sahne. Ja. Allererste Sahne. Ist halt erfrischend, statt die ganze Zeit Splitscreen und so'n Scheiß, ne? Ja, ja. Ja. So viele Perspektiven, ey. Du weißt, ich bin kein Fan der Heids. Nehmen Sie sich. Emily ist ein großer Pilotin. Sie war praktisch ein Pilotin. Emily ist ein Pilotin. Emily, ich wollte es auch gerade sagen. Aber das sah mir je nach einem Mann aus. Dann kommen wir jetzt dem immer näher, diesem, ähm... Blick in die Zukunft, diese Szene, ne? Ja, im Flugzeug, ne? Genau, dachte ich mir auch. Lange Zeit ohne Sie, Vincent. Wie geht's? Gut. Hey, Leo. Schön, dich zu treffen. Du auch. Also? Du bist ein Freund, ich glaube? Ja. Ich höre, du bist ein guter Pilotin. Na, ich weiß nicht mehr, aber danke. Okay. Hey, Leo. Does das Ding fliehen? Das sieht aus wie ein Fahrrad? Natürlich fliehen. Woher gehen wir? Finde ich auch. Wow. Das gleich diese nicht so geile Grafik aus. Das ist echt... Das ist echt... Allererstes sahen, ey. Du weißt, ich schaue dir immer gut. Wenn du in Mexiko gehen willst, musst du mir viel mehr als gut. Ich schaue dir doppelt. Du hast nur noch da. Doppelt, hm? Du bist gut für das, Vince? Ja, ja. Woher gehst du? Wo denkst du? Mexiko. Geil. Aber woher kriegen wir unsere Westen und so? Die wir da an hatten? Das ist jetzt die Frage. Und? Haben wir das Geld überhaupt? Ich glaube... Ach guck mal. Der gute Vorarbeiter. Ray, ne? Ja genau, Ray. Aber ich habe es nicht. Weil das nicht was ich mache. Du weißt das. Du weißt, du musst mir vertrauen, Harvey. Ich versuche es. Bitte, bitte. Okay, der stirbt gleich auch. Ähm, die Westen kann es sein, dass wir die Westen aus dem Flugzeug kriegen. Oh, Gott. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man da vielleicht welche hat. Du bist gut, Harvey. Du bist guter Mann. Ich danke dir so viel. Was denkst du? Wir brauchen mehr Männer. Er kommt. Klar. Ja, die wissen auf jeden Fall, dass wir kommen. Dime, Chef. Wir brauchen mehr Männer. Ja, wir brauchen mehr Männer. Alles. Aber was passiert? Der wird aber getötet. Oh! Oh, warte! Was? Nein! Nein, nein! Ciao. Das ist genau das ich gesagt habe. Ah ja, guck mal. Und jetzt haben wir auch unsere Sachen geändert. Ausgezogen, siehst du? Jetzt haben wir nicht mehr die Hemden an. Hey, hier geht's. Hey Vincent. Ich glaube... Kommen wir langsam zum Ende, oder? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ist, glaube ich, noch ein bisschen bis dahin. Das ist jetzt eine Frage. Ja, ich muss nur, um sie zu füllen. Hilf mir raus. Klar. Die Gas-Tang ist genau da oben. Ja. Gleich geht das Ballern los. Ja. Was denkst du? Ist das ein guter Landspot? Lass mich sehen. Ja. Aber es wird ein langer Weg durch eine dunkle Jungle. Boah. Ha 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 ha. Nein! Wir können uns entscheiden. Nein. Nein, danke. Ich bin nicht gut mit Heiden. Was, was du willst. Warte, Emily. Hast du hier Parachute? Ich habe. Hell no, Vincent. Bist du verrückt? Das Flugzeug landen und durch den Dschungel gehen? Nein. Nein. Oder über eine Falt schwimmen? Nein. Über eine Falt schwimmen ist immer geiler. Okay. Oh, verdammt. Alles klar, alles klar. Ich meine... Wie hart kann es sein, richtig? Nichts Worte. Du wirst es sicher sein. Ich warte. Das ist nicht so lustig. Max. Ich zeige dir die Basis, bevor wir gehen. Ja, du bist besser. Bist du jetzt kassierig? Was? Nein, egal. Just show me the basics, I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. Alright. Sorry, that's just, it's, it's, it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Da sind die Waffen drin. Ratatatata. Guys, can you please find my logbook? Benzin zuvor. Okay, Benzin zuvor einrichten. Okay. Benzin zuvor einrichten. Weiß, was wir hier auch noch machen könnten? Mhm. Wir können eigentlich hier den Cut setzen. Weil ich glaube, wenn wir das alles gemacht haben, geht's dann direkt wie die Cuts hin und wir fliegen. Okay. Können wir machen, oder? Dann geh ich in der Zeit zocken. Gut. Und ich lauf hier einmal rum. So, Freunde. Während ERA zockt, mach euch hier den Abschluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Die Küssen eurer Augen. Tschau. Tschau.